Sarah Engels, Pietro Lombardi, ECHO 2012. Wie geht es euch? Sehr gut. Pietro zweimal nominiert, Sarah einmal nominiert, wenn ich es richtig gezählt habe. Wie hoch ist denn die Aufregung? Wie hoch ist der Wunsch zu gewinnen, die Trophäe mit nach Hause zu nehmen? Also die Aufregung ist natürlich schon hoch, aber ich meine, hier sind so viele Weltstars, richtig gute, gute Künstler und nominiert zu sein ist top. Gewinnen ist auch schön, aber... Sarah, ein fantastisches Outfit. Ich habe auch schon deine High Heels bewundert. Zehn Zentimeter mindestens. Also ich habe schon ein bisschen Fußschmerzen, aber man sagt ja immer, wer schön sein will, muss leiden. Aber ich liebe diese Schuhe, die sind echt schön, ja. Haben die eine bestimmte Bedeutung für dich? Hast du die schon mal bei irgendwelchen wichtigen Events getragen oder ist das heute die Premiere? Nee, ich hatte die schon mal beim Supertalent an, als wir aufgetreten sind. Wie lange habt ihr euch denn zurecht gemacht? Hast du heute eine besondere Mütze auf? Was steht denn da drauf? Was ist da? Eine Surfermütze? Surfermütze. Wie lange habt ihr denn gebraucht heute, um euch fertig zu machen? Wie war der Tag ansonsten so? Ich habe gebraucht fünf Minuten. Ich habe was länger gebraucht, weil ich habe meine Haare nicht so hinbekommen, dann wusste ich nicht, soll ich die aufmachen oder solche zu machen. Ich glaube so zwei Stunden oder so. Was passiert gerade bei euch? Ihr tourt ja noch so ein bisschen bei den ein oder anderen Events, glaube ich, dabei. Wie sieht es mit Studio aus? Ja, natürlich. Wir haben viel vor dieses Jahr und lasst euch überraschen. Ansonsten, auf welchen Show-Act freut ihr euch denn heute ganz besonders? Auf alle! Ja, aber ich habe auch gehört, dass Katy Perry hier sein soll. Hast du das neue Video schon gesehen? Äh... Ganz frisch heute rausgekommen? Nee, dann habe ich es noch nicht gesehen. Nee. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Glück. Toi, toi, toi. Ich drücke euch die Daumen. Und vielleicht könnt ihr noch einen kleinen Gruß loswerden, weil Jagaloo wird fünf Jahre in zwei Wochen. Dann herzlichen Glückwunsch an Jagaloo für den 50. Geburtstag. Boah, 50! Fünf! 50 nehmen wir sehr gerne an. Alles klar, danke euch! Aurodong Vid Florian Oh,bits, intensiv,essa assigning babysitана brings euch mal fertig- Scriptures. Оченьซ�ön, Nachbars Neclobber.